Ich habe Sie schreien gehört. Nichts von den Gottvergessenen hat einen Wert. Es ist Satans Werk. Zerstört, was euch zum Verhältnis wieder mitgeht. 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 Tom, schützen, verkriechen, verstecken. Er versteckt mich in einem Zimmer und bedeutet mir still zu sein. Ja, bin okay, wirklich, kein Fieber. Warum hat Vater das getan? Ich vermute, er ging erst raus, als er wusste, dass er nicht mehr gebraucht wurde, dass ich ihn nicht mehr brauchen würde. Vater, ich bin schon 14. Er sah im Halbdunkel fallende Asche. Vielleicht hatte er gedacht, fühlte oder irgendwas anderes, lebendiges Recht, die Schleuse zu öffnen. Er hätte es nicht tun sollen. Ich rannte hinterher, plötzlich den Geruch von Schwefeldioxid in der Nase. Vater, nicht! Jemand hat ein Tier, jemand hat etwas fliegen gesehen. Ein Flüstern geht durch die Höhle, flüstern. Jemand hat einen Vogel gesehen. Jemand hat einen laut krächzenden Vogelschwarm fliegen gesehen. Geschichten breiten sich aus wie Viren. Hoffnung ist die schlimmste Art von Wahnsinn. Tom flüstert, flüstert, flüstert im Raum, flüstert mir ins Ohr, flüstert um mich herum, dass die Musik kein Trost ist. Es geht mir gut, fast, danke. Musik lässt alte Sehnsüchte wieder aufleben, vergilbte, verzweifelte Wünsche von raus, 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 raus hier. Hier um jeden Preis raus und sei das der Tod. Tom sieht mich mitfüllen an, ich hasse das. Es geht mir wieder gut, nass mich nicht, schau woanders hin, schau nach vorne. Hörst du das? Hörst du das? Flüstert deine Stimme. Schritte, die Tür. Das Zimmer hat eine Tür, sonst wäre es kein Zimmer, sondern eine Kiste. Wie konnte ich die Tür vergessen? Tom schiebt rasch einen Stuhl unter die Tür, schnallt aber spät, 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 zu spät. Holz splittert, Rebecca zittert. Tom wittert grob die vielen Tritte in unserer Mitte. Wo ist Tom? Thomas, rufe ich. Der Maulwurf ist ein erfundenes Tier und lebte bis vor kurzem in den Köpfen toter Menschen. Heute ist er. Wo ist Tom? Lass uns gemeinsam ein Loch schaufeln zum Mittelpunkt der Erde, wo es warm ist. Danke, meine Herren, ich danke der Nachfrage. Mir geht es schon wieder ausgezeichnet, danke. Ich werde nicht zur Schlafwörtlerin, die von draußen träumt. Thomas ist schon vorausgegangen. Schatten voller Männer folgen ihm wie Ascherschatten. Sie halten Tom schlepp, 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 schlepp zur Schleuse. Nein, nein, mich haben sie. Das Bett ist flach und zu weiß. ins Bett gedrückt, aber sie haben ein Journal nicht gefunden. Wenn wir sterben, dann lieber draußen in der Kälte als in diesem Gottverdammten Loch. Wir sind Aschedanke, es geht uns ausgezeichnet. Wir frieren. Wir frieren. So dass unser Blut zerspringt. Es weht wie Reis Anwillig, liebend, slow Frommels Omeberla Sie slow Omeberli Sie chilli Sie Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020